Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal und zwar Monumentenflipper oder Monumentsflipper in dem Fall. Ist jetzt gestern, vorgestern in der Early Access ganz spontan gestartet. Wir kennen ja von Playway den ganz spontan Hasen. Und ich habe einen Key gekriegt und natürlich schauen wir uns die Playway-Spiele, sofern sie irgendwas mit Simulationen in einer bekannten Richtung zu tun haben, natürlich auch an. Was werden wir in dem Spiel machen? Nun, wir werden Monumente errichten bzw. bauen. Monumente ist alles, was irgendwie irgendwo mit Sehenswürdigkeiten oder so zu tun hat. Das war jetzt so zum Anfang. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, keine Ahnung, wie das Gameplay ist, keine Ahnung, wie sonst was. Grafik ist hochgeballert, Deutsch ist eingestellt. Schauen wir mal, würde ich sagen. Wir gehen mal auf Spielen. Wir legen ein neues Profil an. Das ist jetzt einfach mal SLP. Let's go. Bam. Doppelklick. Und dann passt das. Grafik sieht schon mal nicht das Beste aus. Zweckmäßig, sagen wir es mal so. Willkommen in der Welt von Monumentflipper. Das freut mir. Du kannst dich mit WASD in der Tastatur bewegen und dich mit der Maus umsehen. Ach du Heimatland. Seht ihr das? Ich drehe hier grad voll auf. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Auch keine Musik mehr oder ähnliches. Das ist alles so. Ernähre dich den Tisch, um die AR-Brille aufzunehmen. Hallo, mein Name ist Alice. Ich werde dich durch die Welten von den Monumenten-Flipper führen. Alice, das ist sehr schön. Das freut mir. Mit der Brille kannst du AR-Modus aktivieren. Alt-Taste der... Bla. Wir drücken erst mal M. Du befindest dich im AR-Menü. Das AR-Menü enthält zusätzliche Informationen. Und diesen... Ja, ich befinde mich gerade mal... Also AR ist on. Das ist klar. Das AR-Menü enthält zusätzliche Informationen über deinen Fortschritt. Es erlaubt dir, Missionen zu starten. Erinnere dich daran, wie das Spiel funktioniert. Klicke nun auf die Mission... Das soll das AR-Menü... Ach, das da. Ach so. Entschuldigung. Hier auf der Karte... Hier ist die Karte von Frankreich. Oh, wir können den Eiffelturm irgendwann mal bauen. Notre-Dame. Ich bin ja ein begeisterter Franzose-Frankreich-Anhänger. Ja, ne. Also von daher. So. Schön. 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 Bla, bla. Man hätte das auch ein bisschen größer machen können. Missionen. Unterschiedliche Anforderungen in Form von Erfahrung. Du hältst Erfahrung, in denen du Aufgaben erfüllst. Wer hätte es gedacht? Für die Mission Altes Dorf ist keine Erfahrung notwendig. Also fangen wir damit an. Ja. Fangen wir damit dementsprechend an. Hier findest du Informationen zu der ausgewählten Mission. Oben siehst du deinen aktuellen Fortschritt und dein Budget. Die voraussichtliche Zeit. Ja. Wir informieren dich darüber, wie lange du für die Karte brauchen wirst. Du kannst aber auch deine Aufgaben ansehen. Okay. Allgemeine Information. Ist ein Lernprogramm. Dein Budget 12.000. Fortschritt 0. Geschätzte Zeit 35 Minuten. Südfrankreich verlassenes Dorf. Dann haben wir dann dementsprechend hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 im Endeffekt Ziele. Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3 und Dokument 6 und bla und hier und dralala. Okay. Fortfahren. So. Um eine Mission zu starten zu können, musst du zuerst die Dokumente lesen. Klicke auf ein beliebiges Dokument, um in die Aufgaben zu gelangen. Äh. Hier oder was? Ah ja. Klicke auf die linke Maustaste, um den Rest der Dokumente zu sehen. Aha. Altes Umfeld von Südfrankreich. Äh. Konservierungsarbeiten. Also Dach ist in dem Fall kaputt. Aha. Aha. Müll muss entsorgt werden. Äh. Der Investor möchte ein Minimuseum errichten. Also wir müssen altes Zeug einsammeln. Besonders wichtigste Objekte ist ein alter Sperr, der viele Jahre für die Bärenjagd verwendet worden ist. Das ist sehr schön. Wir gehen mal auf starten. Hm. Ja. Beliebige Taste. So. Wir befinden uns in einem alten Dorf im Südfrankreich. B. Beachte, äh, äh, betrachte die Platte. Beobachten. Aha. Aha. Du kannst die Vorgabe, die du führst, auswählen und in ein Radmenü öffnen. Aha. Ah ja. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Auf der Vorgabe klicken. Wähle die drei verfügbaren Vorgaben innerhalb der oberen rechten Ecke. Okay. Außerdem kann verfügte Vorgaben. Ha, na, na, na. Ha, na, na. Aha. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Also Grafik ist sehr, sehr zweckmäßig, muss ich dazu sagen. Na, also hier oben drücke H, falls du den letzten Schritt des Tutorials anzeigen willst. Und, ha, klar, klar, klar. Na, gut. Dann gucken wir mal am Ende des Tages. Wir haben Spachtel, Hammer, Hände, Skalpell, Sprühgerät, Bürste, Lappen, Spritze, Schaufel, Axt und Besen. Aha. So, beobachte einige Sekunden lang jedes Haus und jede Holzpalette in der Mitte des Bereichs. Beobachtaufgaben werden abgeschlossen. Wenn du ein bestimmtes Objekt eine gewisse Zeit lang betrachtest, während des Beobachtens erscheint. Ja. Coole Sache, Bro. Coole Sache. Beobachte Haus B. Das ist das hier. Hm. Geil. Beobachte die Platte. Mhm. Schön. Jetzt, wo du erkannt hast, was du tun hast, können wir uns an die Arbeit machen. Klicke auf den großen Balken neben der Platte. Aufheben. Sehr schön. Und dann soll ich das hier, äh, dann mitnehmen oder was. Aha. 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 Also generell, sag ich mal so, die Holzphysik hat ein bisschen was vom LS. Aber man merkt trotz all dem so ein bisschen das Gewicht. Na, wenn nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Aber wirklich aktiv bewegen lässt sich das Holz in dem Fall auch nicht. Zeitpunkte. Stoppuhr starten. Zeitpunkte sind besondere Punkte im Spiel, die durch das Drücken der linken Maus erst aktiviert werden können. Durch die Aktivierung der Punkte wird eine Stoppuhr gestartet. Wenn diese Null erreicht, erscheint ein bestimmtes Objekt oder verändern. Dankeschön. Äh, aha. Kosten zum Sägewerk senden. Kosten 500 Dollar. Okay. Warte zwei Minuten. Na, dann warten wir mal zwei Minuten. So, öffne die Tür mit der Axt. Das hatte ich in dem Falle vor, Madame. So, setz die Axt ein. Ja, setz ich ja. Aber? Falsche Tür oder wie? Ah ja, falsche Tür. Sehr gut. Äh, wiederhole den Vorgang an der linken anderen Tür. Machen wir. Sehr gut. Betrete nun die Tür, das Haus durch die rechte Tür. Ich gehe erstmal, ja, Fände. Aha, 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 aha. Und gehe die Treppe hinauf. Die Treppe, die Treppe, hier. Sehr gut. Zerstöre nun mit der Axt die Holzbretter und die zerbrochenen Dachziegel. Aha, aha, aha. Höchst interessant, kann man. Aha, aha. Er hält die Axt doch immer nur in einer Position, ne? Also, da ist wenig Dynamic mit drin. Ich muss immer drauf warten, dass da irgendwas dasteht. Sehr schön. Sammle nun die zerbrochenen Dachziegel ein. Wenn der Müllzähler in der linken oberen Ecke, aha, 100% erreicht hat, siehst du einen vollen Müllsack. Du kannst dann die in der Mülltonne reinhauen. Aha, aha, aha. Der Müllzähler in der oberen linken Ecke. Verstehe. Aha. Aber wie kann ich die zerbrochenen... Das hier oder was? Brauche ich da die Hände dafür? Sprühgerät, Bürste, Lappen, Spritze, Latexhandschuhe. Aha. Ne. Sammle nun die zerbrochenen Dachziegel ein. Ja, aber wo? Müll kann mit der linken Maustaste aufgesammelt werden. Jedes gesammelte Stück füllt den Beutel. Wenn du die maximale Menge erreicht hast, erscheint ein Müllsack, den du in die Mülltonne werfen kannst. Wenn der Müllsack darin befindet, kann die Tonne mit LLT gereinigt werden. Ja, ja, ja. Das Problem ist, ich kann hier nichts aufheben. Also ich habe Hände. Ach, da musste wieder in die Hockey gehen oder was? Was ist denn das für ein Blödsinn? Aha. So. Müllsack. Aha. Da muss ich erst mal kurz hier runter. Haben wir denn hier eine Mülltonne irgendwo? Soll das ja eine Mülltonne sein? Ach, ich glaube nicht. Nun, bleibt es halt erst mal dementsprechend hier liegen. So, warte auf die Lieferung. Sammle 20 Dachziegel. So, hebe die Holzpaletten auf. Bringe sie zu den Kisten. Bla, bla, bla. Also soll ich die einfach in die Kisten reinhauen, ja? So. Bringe sie zu den Kisten. Wenn du eine Dachziegel in der Hand hältst, siehst du einen blauen Bereich, in dem du ihn ablegen sollst. Okay. Sehe ich dann... Boah, was sind das? Achso, ja, falsche Dings hier. Okay. Du kannst weitere Gegenstände mit deiner Hand aufnehmen, in denen du Shift gedrückt hältst und die linke Maustaste drückst. Okay. Äh, oh Gott. Ah, verstehe. Das wird dann mehr oder weniger so gestapelt. Also so halbwegs irgendwie, keine Ahnung. So greifen und dann kann ich mit der linken Maustaste angeblich drücken, aber das funktioniert mal mehr, um mal weniger gut, um ehrlich zu sein. Also je nach Blickwinkel. Also wenn das hier so ist, ja? Aber dann auch wieder nicht. Ich merke schon, die Physik spielt hier richtig gut mit. Sehr gut. Wiederhole das nur mit den Dachziegeln mit den X. Ach Gott, das will. Aha. Ich mein, gut, Early Access hin, Early Access her, ne? Und so. Ich mein schon mal gut, dass es im Early Access ist. Sprich, dass es in dem Fall noch nicht fertig ist. Es ist aber so ein bisschen arg minimalistisch gehalten. So mein Gefühl. Mein Gefühlstechnisches Empfinden gerade. So, nun kannst du die Dachziegel wieder herstellen. Gehe zuerst in den AR-Modus. Die linke Alt-Taste gedrückt, okay? AR on. Nimm nun die 10 Dachziegel aus der Truhe, indem du mit der rechten Maustaste anklickst. Nehmen, 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 nehmen. Klicke nun auf den virtuellen Tisch, um ihn in der Ecke aufzustellen. Virtueller Tisch, okay. Tischfenster. Gehe zum Tisch und drücke Tab, um den Renovierungstisch zu sehen. Aha, dies ist das Fenster des Renovierungstisches. Diese Karten sind auf die Karte verfügbaren Gegenstände. Klicke auf die markierte Karte und dann erneut, um die Renovierung zu starten. Okay. Es fehlen drei Teile, ja. So. Öffne das Radmenü und wähle Lappen. Mhm. Lappen. Und das Ganze jetzt hier. Cooler Lappen, by the way, ne? Also meine Maus ist hier, der Lappen ist da. So, wenn du die gedrückt hältst, über den verschmutzten Bereich bewegen, verwende die rechte Modestaste, um die Objekte zu drehen. Aha. Und das soll ich jetzt mit allen 20 Ziegeln machen, oder was? So, bla bla bla, sobald der Objekt hier rein ist, wird das nächste angezeigt. Ja, sehr, sehr spannend, wenn ich das jetzt mit 20 Ziegeln machen darf. Um ehrlich zu sein. Ach du Heimatland. Wir wollen gerade das ein bisschen schneller machen. Waren das 20 Ziegeln, oder waren das 10 Ziegeln? Ich überlege gerade, um ehrlich zu sein. Aber es wird bestimmt irgendwann mal der Punkt kommen, wo es 20 sind. Und dann kannst du alles mit der Hand selber machen. Ja, Renovierung, ja. Nöda, nöda, nöda. Die Musik duedelt so schön im Hintergrund, ne? Also wie gesagt, Grafik ist schon echt ein bisschen zweckmäßig, muss man sagen. Ich glaube, so für zwischendurch mal so eine nette Sache, so frei nach dem Motto, man hat es sich mal angeguckt. Ich glaube schon mal langfristig gesehen, weiß ich gerade nicht. Mal gucken, mal gucken, was generell noch so kommt. Weil eigentlich will ich ja den Eiffelturm schon mal bauen, beziehungsweise restaurieren. Stell ich mir lustig vor. Na, das Symbol der Liebe. Aber es könnte auch mal einen größeren Lappen geben, ne? Vor allen Dingen mit Lappen auf Holz, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, ob das so effizient ist. Ihr habt da so ein bisschen meine, meine Zweifel dran. Aber was weiß ich schon, ne? Was weiß ich schon. Uiuiui. Also selbst wenn das jetzt nur zehn solche Ziegel waren, ne? Das zieht sich selbst bei mal zehn. Ah, sehr gut. Verlasse nun das Haus. Es wird Zeit für das Gerüst. Ah ja. Schönen Lappen haben wir in der Hand. So, Baupunkt. Um das Gerüst zu bauen, musst du mehrmals mit den Hammern, mhm, mit den Hammern da draufschlagen. Okay, ist mal davon aus. Sehr steife Animationen, by the way. Sehr gut. Baue nun drei weitere Gerüste. Ah, muss ich erst mal hier hoch. Ja. Wirkt schon durchaus steif. Oh Gott. Okay. Und man muss immer linke Maustaste drücken, sonst wird das nix. Sehr schön. Steige auf das Gerüst und entferne die zerbrochenen Bretter und alten Ziegel vom Dach. Ach, joa. Ja, klar. Dafür brauch ich die Axt. Okay. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus. wir können uns aufs Dach bewegen. Bis hierhin komm ich zwar so rein offiziell, aber, ah, geht's. Sehr schön, steige auf das Gerüst und entferne die zerbrochenen Bretter und alten Förstziegel auf den oberen Dach. Aktiviere die Alt-Taste. Ja, bin ich doch noch im AR-Modus. So, genau, das sind die Dinger hier. So, klicke auf die Kiste, um die Gegenstände zu greifen. Artikel nehmen. Ähm, zu greifen und sie an die markierten Stelle zu verschieben. Sobald sie einrasten, klicke mit der linken Maustaste, um sie zu platzieren. Okay. Hop, hop. Ah ja. Immerhin muss ich nicht jedes Mal da runter. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Oh, puh. Ich glaube, was so ein bisschen abstürzen würde, ja. Also, ich nehme immer mehr in dem Falle hier auf. So, manchmal gibt es viele Elemente in einer Kiste, zum Beispiel Dachziegel. Halte in diesem Fall die linke Maustaste gedrückt, um sie schnell an ihren Stellen zu platzieren. Mhm. Ah, verstehe. Ja, gut. An sich gar nicht mehr so schlecht gemacht, ja. Auf jeden Fall effizient, sagen wir es mal so, ne. Also, ein paar Komfortmechaniken wurden da ja schon mit reingedreht. Ja gut, das muss dann irgendwo auch. Weil ansonsten ist es dann halt doch zu fummlig. So, schön. So, schön. Aha. Sehr, schön. Sind aber immer noch ein paar mehr Ziegel. 153 Ziegel. Stellt euch mal vor, das müsste man alles einzeln machen. Also, wirklich einzeln klick, 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 klick und klick halt, ne. Gott bewahre. So, jetzt sind es nicht mehr viele. Da noch. Wo haben wir noch was? Hier. Sehr gut. Der letzte Schritt dieser Mission besteht noch darin, die Fürstsiegel, ähm, ähm. So. Okay. Also, diese obersten Dinger halt hier. Warum das auch immer. Vielleicht wird es auch offiziell Fürstsiegel genannt. Ich habe keine Ahnung. Repariere das Dach. So. Das Tutorial ist abgeschlossen. Erkunde den Ort. Finde versteckte Gegenstände. Versuche die Ziele auf eigene Faust zu erreichen. Über Ermut des Alltaste siehst du mehr Informationen über mögliche Funktion, äh, was? Mögliche Interaktionen und versteckte Objekte. Not da, not da, not da. Stapel fünf Balken auf die Palette. Ähm. Na ja, muss das ausmachen. Danke. Na. Die, die ist ja hier eine Sache. Aber wir haben das Ding repariert. Das ist doch schön. Ähm. Da haben wir was hier hinten. Äh, hier. Die Dinger, oder was? Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, das hat noch wieder nicht erkannt. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. Sehr schön. Dann sende die Balken zum Sägewerk. Verschiebe die kaputte Tür. Naja, zum Sägewerk senden. Warte auf die Lieferung. Verschiebe die kaputte Tür. Okay. Aha. Sehr gut. Repariere die Tür auf dem Tisch. Dafür müsste ich erstmal wieder hier einen Tisch bauen. Sehr schön. Äh, es fehlen drei Teile pro Objekt nicht eingesammelt. Naja, eigentlich ja schon. Wo? Wo ist die Tür hin? Ich vermisse eine Tür. Ich habe eigentlich rechte Maustaste gedrückt. Was wird zur Hölle rechte Maustaste? War das entfernen? Ja, ich sage auch mal so. Die Tür ist auf jeden Fall weg. Na? Und die ist, die wir sprechen auch nicht mehr hier. Vielleicht habe ich sie auch gerade physikalisch irgendwo ins Absolute nirgendwo geschoben. Na? Das würde ich jetzt generell nicht mehr abstreiten wollen. Ach nee, die habe ich da reingenommen. Ach nee, die habe ich da reingenommen. Aha. Soll ich da jetzt mit Lappen drü... Also... Soll ich da jetzt mit Lappen drüber? Ja, okay. Wie soll der mitten... Naja, gut. Es ist, ne? Why not, ne? Why not? Okay. Mit dem Lappen sind wir drüber. Abgeschlossen, Sägewerk. Das freut mir, danke. Skalpell. Um den Rost zu entfernen mit dem Skalpell. Okay. Ah, auch ne ganz wilde Nummer. So, mitbringsel. Einige Objekte können an bestimmten Orten platziert werden. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich würde ja gern... Die Tür... Ah. Ja, lass erst mal fallen. Sehr gut. So, baue den Türrahmen 0 von 4. Ja, also dann... Äh, stelle ich die erst mal... Oh Gott, die Physik, Junge. Ah, warte mal. Ich kann das hier so ein bisschen drehen. Ah, bleib einfach hier. Mach nix kaputt und bleib einfach da. So, baue die Türrahmen. Okay. Äh, bauen. Dafür brauchen wir dann, denke ich mal, wieder den Hammer. Okay. Okay. Aha. Und schon ist die Tür wieder verschwunden. Ich raste aus. Äh, die Tür ist drin. Wuhu. Wahnsinn. So. Ich stelle ein neues Dach. Kostet ja nur 1500, ne? Ja, sieht doch gut aus. Entsorge den Müll aus dem Haus, entferne Moos auf Haus A, entferne Moos auf Haus B. Dafür brauche ich einen Besen. Nun klar, mache ich auch immer so mit dem Besen. Bekanntermaßen, gerade solche Moos-Dinge hier, ne? Immer, immer mit dem Besen dran. Das, äh, funktioniert bestimmt eins. So. So. Ja, da lasse ich die mal hier arbeiten. Und entferne mal hier generell so das Moos. So, gut. Nein. Nein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, klicke auf den Ordner, um die Ausstellung zu starten. Aha. Warte auf die Ausstellung. Finde 0 von 2 Sicht. Ja, na. Dürfte ich erstmal den Müll hier rausschaffen? Äh, wär erstmal ganz geil, ne? Äh, wer will denn hier? Äh, hau da die Türe zu. Sag mal. Danke. Ist ja manchmal ein bisschen wild hier. Äh, hau, 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 hau. Nächsten Part einfach mal wieder. No, in dem Sinne, dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Tschüssikowski. Tschü, tschü. Tschü, tschü. Tü. Vielen Dank.